Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fortnite Battle Royale. Heute mal mit einer Solo-Runde. Und zwar war das die letzte Runde aus einem Stream von vor ein paar Tagen. Und das war eine ziemlich, ziemlich geile Runde. Es war sogar mein Kill-Rekord in Solo-Games. Außerdem habe ich diese Runde jetzt ein bisschen mehr gecuttet. Heißt also, statt 20 bis 25 Minuten habe ich das Video jetzt auf etwa 13 Minuten runtergecuttet. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt, ob ihr quasi mehr gecuttete Videos sehen wollt. Ich kattet die auch nicht zu extrem. Weiß nicht, wenn man halt alles rauskattet und nur die Action-Szenen zeigt, dann finde ich das irgendwie auch langweilig. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob ihr lieber gecuttete oder lieber Uncut-Videos sehen wollt. Genau, würde mich interessieren. Und jetzt viel Spaß. Hey, mein Freund. Versteckst du dich? Hey, sorry. Puh. Leider habe ich kein Healing. Oh, der hat eine Skar. Leider habe ich null Healing. Okay. Da war wohl jemand afkar. Gucken, ist da ein Chest drin? Natürlich nicht. So, mal gucken, ob wir jetzt noch ein paar Kills hier machen können. Ich bräuchte halt Healing, aber es... Ich höre eine Kiste. Lies mal, was ich geschrieben habe. Äh. Oh nein. Das sind... Gleich, das sind... Es ist gerade ganz ungewässig. Oho. Oho, Leute. Lasst mal einen GG da. Der wurde ja so zerstört, der hat bestimmte Spiele sofort deinstalliert. Was zur Hölle ist hier gerade los? GG. My friends. GG. Ich hieb mich mal ganz gut so. Oh, Schüsse. Let's go. So, mal gucken, ob der... Das sind Leute. Komm, bleib stehen. Kann der mal treffen mit der Waffe? Alter, wie ich ihm nur Hits gegeben habe und er mich nicht einmal getroffen hat. Das ist richtig bitter für ihn. Destroyed wurde er. So. Okay. Okay. Okay, okay. Danke dir. Ich führe dein Equipment. Viel Spaß in der Lobby. Oh nein, ich hätte mal laufen sollen. Verdammt. Wieso bin ich nicht gelaufen? Nein, Border. Bekomm mich bitte nicht. Oh, das wird so knapp, weil ich muss auch noch bergab. Da bin ich ja langsamer dann. Ja, ich wusste, dass ich damage bekomme. Ah. Aber ich musste es riskieren, weil wenn ich jetzt... Oh nein, da ist jemand. Warum ist da jemand? Zehnter Kill. Nein, Border. Lass mich. 33er, wie du abgehst. Border, lass mich in Ruhe. Lauf, Forrest. Lauf. Ja. Highlight. Stimmt. Highlight-Button. Danke, Lea. Highlight-Button ist gedrückt. Nein, 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 nein. Ja, könnte ich vielleicht echt mal... Oh, da ist jemand. Hat der mich gesehen? Ja, hat mich gesehen. Was macht der? Okay. Alles klar. Die gehört mir. Und viel Spaß in der Lobby. Oh nein. Ja, freu dich halt. Freu dich in Keks. Ich hab genug Materials. Du auch? Oh nein. Zack, verlasse. Ja, jetzt weißt du nicht mehr, wo ich bin, ne? Was ist der ein Feigling, ey? Sitzt der da mit seinem Raketenwerfer? Ja. Ja. Dude. Ja. Spam mich halt zu. Das bekommst du dafür. Ja, guck. Und ich lauf nicht in eine Trap rein, ey. So doof bin ich nicht. Da ist keine mehr. Da ist keine mehr. Wie viele Traps der hier platziert hat. Wer platziert ein Launchpad unter der Treppe? Was zur Hölle? Oh Gott, ey. Puh. Das war nochmal nice. Leute, noch acht Abonnenten. Zu den 26.300. Lasst gerne ein Abonnenten. Abonnenten, wenn es euch gefällt. Und ihr in Zukunft mehr sehen wollt. Nehme ich das mit? Habe ich da für überhaupt trust? 39, okay. Let's go. Okay, ich habe hier Leute gekämpft. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Auf wen schießt der? Schießt der auf jemanden dort? Da oben ist jemand. Noch ein Kill? Puh. Auf wen hat er geschossen? Zeige dich. Wo bist du? Hä, gegen welchen Camper hat der denn gekämpft? Muss man jetzt nicht verstehen. Hm. Ah, da ist er. Da ist die Nummer 14. Wie lange talkst du schon? Ich stream jetzt schon seit gleich... Oh, seit bald sechs Stunden schon. Aber jetzt ist der Skill im... Oh. Ich werde nämlich one scoped. Puh. Nice. Ich will jetzt keinen... Lucky Shot hier kassieren. Das hätte ich nochmal 15. Puh. Wie alt bist du? Ich bin 22. 22. 22. 22. Das heißt... Mal nachladen. Bestimmt ist da noch jemand. Ah, ich schieß den ab. Okay. Okay. Oh, da entsteht noch eine Kiste. Das war die Nummer 16. Was? 17. 18. Komm, wo bist du? Wo ist der Letzte? Einfach mal durchrennen. So, komm. Erstmal spotten. Ja, der weiß sicher, dass ich hier bin. Ein bisschen doof, dass ich mich hier vor dem Ding aufgebaut habe. Oh, da unten ist er. Oh, ich habe die Damage gemacht. Komm, zeig dich. Ich werde... Nice. Leute, da ist der Win. Da ist der Win. Das war doch eine coole Runde. 19 Kids. Da presse ich sofort den Highlight Button. Oh, was eine coole Runde. Okay, das war doch auch ein mega cooles Ende für den Stream. Danke, dass ihr alle zugeschaut habt. Hat echt wieder Spaß gemacht. Danke an die ganzen Donations, an meine Moderatoren, an Fix für vorhin, dass wir da so krass gezockt haben. Das hat wieder mega Spaß gemacht. Danke auch an alle neuen Leute, die da zugekommen sind. Hoffentlich hat der Stream gefallen. Und die Musik ist... Oh, schrecklich. Zurück in die Lobby. So. Freut mich, dass auch jetzt hier so viele neue Leute noch dazugekommen sind. Wenn euch der Stream gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wird mich mega supporten. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch unterhalten. Und ja, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Tschüss. 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 Vielen Dank.